Götze schwärmt von Stöger. Mario Götze lobt den derzeitigen Dortmund-Trainer Peter Stöger. Der 25-Jährige sei vom Österreicher sehr begeistert und halte ihn für eine super Lösung. Mit ihm gewinne man die nötige Stabilität, die in der Rückrunde wieder für Erfolg sorgen soll, sagte Götze in der Bild. Götze selbst peilt nach vielen Rückschlägen sein Comeback an. Seit seiner Rückkehr zum BVB absolvierte er lediglich zehn Spiele. Alaba lobt Ribery. Am Rande des Trainingslagers hat sich Alaba positiv über seinen Mannschaftskollegen Frank Ribery geäußert. Ich glaube, dass wir alle wissen, wie Frank wichtig ist für uns. Dass er wirklich ein sehr wichtiger Spieler für uns ist in der Mannschaft, außerhalb vom Platz, aber auch natürlich am Platz. Die Beziehung zu Frank ist natürlich etwas Besonderes. Wir kennen uns jetzt schon wirklich sehr, sehr lange und er war einer der Spieler, die mich gleich von Anfang an aufgenommen haben. Aktuell bereiten sich die Bayern in Katar auf die Rückrunde vor. Badstuber reißt vorzeitig ab. Holger Badstuber hat das Trainingslager des VfB Stuttgart aufgrund einer Verletzung vorzeitig abgebrochen. Wie der VfB mitteilte, habe der Verteidiger eine leichte muskuläre Reaktion im Adduktorenbereich. Sein Einsatz zum Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC ist gefährdet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017